Vielleicht wollt ihr ja noch was hören. Wie sieht's aus? Mach mal ein riesiges Lied raus! Ja? Ja, dann würd ich sagen, üben wir noch mal ein schönes Lied, damit wir morgen auch alle den Text richtig gut auswendig können. Ja? Weiß hab's schon, das Alte. Wir sind jetzt beim Neuen. Zeugenbrühe. Weißes Brot bekommt's hier bei Aldi. Sehr gut. Ich wünsche gerne, wenn du...